Alles wilde Spekulationen, es ist erst halb neun So früh stehen Oh, ich weiß wo wir sind Wo wurde es erstellt? Ach ja, ich hätte es glaube ich gesehen Unten am Rollway Acker auf, meine Lieblingswaffe Ich bin genau da auf dem Feld, zwei Grüne Du bekannst du was genau, ich stehe es genau in ihrer Schusslinie Da sind zwei Under fire Hug it eliminated Und der andere liegt genau da hinter dem Der andere liegt genau hinter dem Dem einen, die du gerade erschossen hast, in der Kuhle Und der andere liegt Ich weiß es nicht Als du zuletzt erschossen hast Also den vorletzten Hört hier seine Puppe Ich sehe ihn Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da rüchte ich auch. Einer hat draufgeworfen. Ich gehe mal in den Hangar. Das halte ich für eine zukunftsträchtige Wahl. 10. Achtung, ATGM. Aber er hat es geschafft, oder? 0, 0, 0, 0. Ich glaube ich hab den. Die reifen noch ganz. Und wohin? Okay, warte ganz kurz. Oh, da ist alles voll. Ja, klar, ganze Infanterie. Was hab ich denn mit dem Ding? Komm mal oben auf den Berg. Okay, warte, der Helikop grad gut. Ne, ne, warte, warte, warte. Hm? Nein. Nein. Ja, unsere Waffe ist kaputt. Erst so Richtung Baustelle. Hm? Weißt du überhaupt, wo wir sind? Ah, ja. Ja, da oben. Es gab da auch zwei Waffenlager. Aber weit und breit keine Basen. Ich fahr mal hier rechts an in den Wald. Nein. Nein. warte, 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 steig du mal ein und bleib du mal drin leg meine Sachen rein und komm mal als Dings wieder ich hab keine Karte mehr deine Karte ist weg krass es gibt auch gar keinen mehr bin ich mehr drin es gibt niemand mehr der reparieren kann anscheinend raus genommen meine Karte ist einfach verschwunden als ich auf Ausrüstung geklickt habe zumindest die Kanone ist jetzt wieder gerade ne jetzt ist sie wieder kaputt warum, was willst du hier nicht als Schütze rein Bebaustelle du kannst nicht zielen, das Ding ist ungelenk jetzt haben wir zur Baustelle, oder? das will ich sehen hast du ne Karte? gut, ich auch nicht oder zum Fahrzeug ich kann noch ne Karte haben ich kann noch nicht 1 Oh, was war denn das? Crawfie, wo liegst du? Regian, beschießt die, da hinten auf einmal kommen drei Leute von der Seite an. Einer Reihe. I've got him. I've got him. I've got him. He's down. Ja, dann siehst du hier gleich, wie die kamen. Links ist einer abgehauen. Ja, da kommt er. Habe ich ihn? Woop, hinter dem Video jetzt siehst du einer. Oh, jetzt ist er eigentlich noch ganz schön frei da. Map. Map heißt Karte. Wollen wir uns den ULZ schnappen? Neben dem Warnschild? Weißt du das? Das kommt rechts da hinten, sind auch noch welche. An dem, an der, an der Mauer da hinten. So spät. One o'clock. Enemy head far. Was ist das? Aaaaaaah Hörst du mich ab? Brau ne Karte? Ne richtige? Hörst du mich ab? Wow! Die haben sich den Dings geholt! Komm hier hinten! Oh komm! Die entführen unseren BRDM! Jetzt hat einer von denen den Motor angelassen, die zwei die hier liegen habe ich noch gerade erschossen Jaaa Schnapp dir ne Karte irgendwo Da wo wir her kommen Ja Ah 12 Uhr! 12 Uhr! 12 Uhr! 12 Uhr! Oh, ich hab Granatwerfer. Der ist vielleicht sinnvoller, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was? Ich weiß doch ungefähr, wie lange das dauert. So, jetzt nach... ...die nächste. Der Flughafen hier ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Ja. Ja, hat sich gesehen. Nee, lass mal. Spar die Muni. Und... aber dennoch noch die Extraction... Ja und, wir fahren doch. Und dann die Extraction Point noch hier. Ja. Äh, nein. Wollen wir ihn runterholen? Wollen wir im Wald bleiben? Der startet hier. Hm. Hm. Den muss man zumindest setzen. Ja. 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 Aber wenn wir jetzt da hinfahren, dann am Ende ist der Extraction Point hier. Ja, ja. Weiß ich nicht. Etwa du doch da vorne ist. So was wenn da hinten jemand im Wasser steht, an der Küste. Neben dem Schilf, noch ein Stück weiter. Nee, nee, sieht noch so aus. Was war das? Wie viele Magazine haben wir noch? Wie viele Ketten? Ok. Dazu zwar... ...200 insgesamt. Hatt' ich vor. Du weißt ja, du fliegst gleich raus. Du weißt ja, du fliegst gleich raus. Wollen wir uns noch ein paar andere Fahrzeuge mitnehmen? Hinter uns sind auch welche gewesen. Ja, auf der rechten Seite, da wo wir vorhin krepiert sind. Okay, ich fahr' mal zum Aufmunitionieren. Kannst du aufmunitionieren? Kannst du jetzt aufmunitionieren? Nein, nein. Huh? Da läuft einer Geil im Busch Haha Da ist noch hier Ah der Hab ihn auch Auf weiter Was sind aber hier drin? Gut aber ich bin eh irgendwie voll Ne ist denn keine Ja du musst mir sagen wo lang Ok Dazwischendrin stehen wo es wieder Gab sind Ok Ich glaub das war das Fahrzeug Wurde das Fahrzeug gelasht? Zero